So hallo, hier zum Rennen im Nürburgring Grand Prix, mit dem Phoenix Egg. Die Strat, glaube ich, von der Volley Position, ja. Los geht's. Die Strat, glaube ich. Ich bin ein bisschen heilig. Das ist ein bisschen heilig. Ein bisschen heilig. Ein bisschen heilig. Ein bisschen heilig. Das ist diese. Das sind die Kurve, die dann noch kehren. Das ist auch die einzige schnelle Kurse. Das ist auch die einzige schnelle Kurse der Strecke. Das ist nur fast voll, aber nicht ganz voll fahren. Ein mehr langsamer Kurfi. Schon mit der dritten Fahrt in sich. Ein bisschen ausgeschleunigen. Und ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Ich sehe noch Musik. Das ist zu langsam, aber ein bisschen zu schnell. Ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Wir sind vorne. Ich fahre nicht mit an. Ich fahre nicht mit einem Passagnen. Ich fahre nicht mit dem Passagnen. Ich fahre nicht mit dem Passagnen. Mercedes-Arena heißt das. Es geht schon, da lieber rumzufahren. Ich habe mich gefühlt aus. Ich habe mich gefühlt aus. Na, ne, da mal. Es geht schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020